Ich werde Minecraft und GTA bringen, das heißt entweder es würde am Tag jetzt nur eine Minecraft Folge kommen oder eine Minecraft Folge und eine GTA Folge und somit glaube ich habe ich für jeden das passende dabei für die Leute die kein GTA sehen wollen Minecraft für die Leute die auch GTA sehen wollen Minecraft und GTA Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games endlich wieder ein Video und wir spielen heute auf der Map Plains oder war das überhaupt Plains? Ich weiß es nicht, ich habe schon wieder vergessen So, oh, Start verpasst, ich opfi, aber habe trotzdem noch ein paar Sachen bekommen Ey öffne, oh, 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 okay so und jetzt ganz schnell weg hier, zack und ihr seht schon, ich habe einen anderen Hintergrund das liegt daran, dass wahrscheinlich einige jetzt wieder wissen Ah, okay, ich bin zu Hause, es aber nicht lange so ist weil ich muss jetzt alles für den Umzug vorbereiten weil ich ja umziehe von hier eben dann nach Salzburg und das ist dann am Donnerstag soweit das heißt bis Donnerstag kommen jetzt jeden Tag Videos da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen und ich werde wahrscheinlich auch GTA aufnehmen aus dem Grund, weil ein paar haben geschrieben bitte kein GTA, ein paar haben geschrieben bitte, bitte GTA und ich sage mal so, ich werde Minecraft und GTA abbringen das heißt, entweder es würde am Tag jetzt nur eine Minecraft-Folge kommen oder eine Minecraft-Folge und eine GTA-Folge und somit glaube ich, habe ich für jeden das Passende dabei für die Leute, die kein GTA sehen wollen, Minecraft für die Leute, die auch GTA sehen wollen, Minecraft und GTA oder wie auch immer man das dann handhaben möchte wer sich was anschauen will so, gut so werde ich das dann regeln wahrscheinlich und so okay so, der ist down er dachte sich wohl, er kann sich hier mit mir anlegen aber nee, nee, so geht das nicht so sehe ich das nämlich nicht ein so, wir brauchen noch Schuhe dann Schuhe sind cool und davon ist auch wieder so ein Typ mit einem Bogen okay, ich hole mir mal eben einen Speedblock wäre vielleicht ganz nice und ja, wie gesagt GTA werde ich mit meiner Crew, sage ich mal, aufnehmen ich habe da auch eine seht ihr dann alles in der GTA ich bin Teleporter seht ihr dann alles in der GTA-Folge ähm schlag mich, ich bin Teleporter so ist er dann tot so zack das kann man weghauen das auch eine Angel brauche ich eigentlich nicht gut, weiter geht's äh Moment so und so perfekt gut ja, also wie gesagt, Leute ich werde umziehen und deswegen ist das Ganze auch so ein bisschen naja, wie soll ich sagen stressig nicht jetzt unbedingt aber es ist halt so ein bisschen äh alles naja, man kann es schon ein bisschen stressig nennen aber es ist eher so ein bisschen verwirrt alles nicht ganz so geplant und ähm ja, also wie gesagt GTA Online wird kommen aber nicht so viele Leute, die dann sagen äh, du machst nur noch GTA Online nein, ich bringe dann am Tag eine Minecraft-Folge und wahrscheinlich dann am Abend eine GTA Online-Folge das bedeutet ich bringe beides so dass die Leute die Minecraft sehen wollen Minecraft sehen wollen und die Leute, die auch GTA sehen wollen auch GTA sehen können Ende so, die greifen jetzt an ich bin jetzt bösen stopp ab hi nein nein das ist fies oh, da ist er aber tot das war jetzt echt fies von mir, Thomas das war jetzt echt fies von dir das ist echt fies oh, der ist jetzt wahrscheinlich jetzt hier irgendwo gleich in der Nähe ah, aber ein schärfes Schwert das das wollte ich haben genau oh, der hat ja echt gute Ausrüstung, der Typ Moment der hat wahrscheinlich noch nicht mal Holz so, den haben wir auch 110 Blöcke ist dann schon der nächste Gegner entfernt oh, aber der war Wizard ich kann das jetzt aber nicht alles aufsammeln ich muss weggehen ich hoffe mal, der Typ findet es dann nicht und ich wurde jetzt schon lange nicht mehr geportet das heißt, wenn ich jetzt Glück habe im Moment Enderperlen hier wenn ich jetzt Glück habe, werde ich jetzt geportet äh, das heißt äh, wir sind dann vor dem Gegner und der Teleporter hat ja, wie gesagt, dann so eine geile Fähigkeit dass dann nichts passiert oh ich bin Teleporter ich bin Teleporter GG so ja, war eine schnelle Runde wo wir ganz, ganz viele Leute sag ich mal äh, gekillt haben war echt nice und äh, eine knackige er schreibt, hallo YouTube hallo ähm, das war eine knackige, schöne Runde wo wir viele Leute zum Matsch haben und jetzt würde ich sagen, Leute seid ihr an der Reihe und zwar würde es mich interessieren auf welche Spielmodis habt ihr in nächster Zeit so Lust und da kommt ja auch noch was ähm äh was ihr aber dann bald sehen werdet so, gut ja, sag ich noch nicht freut euch einfach drauf vielleicht hat man es ja schon irgendwo anders gesehen und es kommt dann vielleicht auch bald bei mir man weiß nicht man munkelt nur gut Leute macht's gut haut rein haltet die Ohren steif und ciao aufsüch aufsüch